es wird jetzt bestimmten stückchen jetzt ist es da schuldigung 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 kann mich nur entschuldigen ja ich habe vergessen umzustellen auf das spiel aber danke 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 dass du das erwähnt hast wunderbar das hätte ich jetzt gar nicht gemerkt ich sehe es ja aber auch muss ich ganz ehrlich sagen auch nicht viel verpasst jetzt es ist jetzt kein weinbruch trotzdem war es nicht schön danke danke mache ich das hier vor zu noch soweit ich sehen kann und dann auf der anderen seite mal noch geländer noch mit ganz wichtig ganz wichtig geländer dann fallen wir uns hier hin löschen das weg ja 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 sieht das so aus als ob und hier hin und das weg und hier hin und das weg und geländer nach schritt weit rum hätten wir das auch erledigt dann hätte ich jetzt nur noch da da oben mache ich das noch hübsch da hinten habe ich noch nicht hübsch müsste ich aber auch noch machen also zu tun hätte ich genügend dann gehen wir mal hoch wie mache ich das hier ich könnte eigentlich auf das hier verzichten alles und mach bloß da dann kann ich das nämlich auch wieder weglöschen und dann sieht das auch schöner aus so wollen wir tun ja ja ich kann mich an die anderen so wollen aber das ist gut alles ist alles klar Auto-Safe ist okay. So. Und hier. Da noch. Bei mir. Uh. Da komme ich auch noch ran. Das ist ja gut. Na, kriege ich an? Ja. Wollte schon sagen, kriege ich es nicht an bis hier. Jetzt müsste ich wahrscheinlich mal hoch. Dann tun wir das. Genau, hier ist noch einer. Hm. Jetzt kann das weg. Und das kann weg. Und hier haben wir noch eins ran zu machen. Gell, ja? Hm. Hm. Das geht in Felsen. Das ein bisschen daneben. Ah, guck. Das geht auch. Jawohl. Da. Perfekt. Ja, auch erledigt. Ist ja hübsch weit. Das ist ja jetzt fertig. Gut. Wenn ich denn noch irgendwas zu verschlimper sonnen. Eigentlich. So ein Abschlüssenschöner wäre auch nicht schlecht gewesen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ach, das machen wir. Da weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe noch keinen so richtig Gedanken dazu, wie ich das mache. Mal Licht aus. Fleischig ist jetzt noch hier hinten. Kräftig. Jawohl. Fleischig sitzt noch. Und Kaffee. Wo kriegt er nur den ganzen Kaffee her? Hm. Okay, weiter geht's. Fauen wir mit Zupyro. Zack. Los. Und Prost. Und Prost. Hm, hm. Hm, hm. Hier habe ich eigentlich auch alles dortig an Feinheiten erledigt, was noch offen war. Hm, naja, Moment. Ich habe da noch was stehen. Das brauche ich ja nicht mehr. Könnte ich doch auch gleich löschen. Halt, 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 halt. Gehen wir mal. Da möchte ich das hier nehmen. Und dann sind wir auch schon hier. Und dann haben wir auch noch einen Sprit. Runke 62 haben wir hier einen Sprit. Okay. Könnte man vielleicht mal was. Äh. Wieder mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. So, jetzt haben wir aufgeräumt, ne? Ja, haben wir. Dann gehen wir doch gleich noch mal hier rüber. Bleib sitzen. Das nicht aufstehen extra. Äh, nicht aufstehen extra. Das Moor. Gehen wir hier rein. So, zeig mal ja. Den wir gleich noch auf. Und machen los. Dann gehen wir zurück. Zurück. Hopp. Zum Zug. Ich weiß nicht, reicht es bis drüber. Oh, knapp. Ja. Und los. Weiter geht's. Schon wieder finster. Hm. Die Ford wird ein wenig dauern. Bis wir da hinten sind. Schneck'sche. Noch mehr Schneck'sche. Noch einige Schneck'sche. Da hinten leuchtet noch eine. Da hinten leuchtet noch eine. Und da hinten an den Bergen leuchtet noch welche. Uh. Da hinten noch. Da oben. Keine Herren. Hier ist der schwebende Kaktus. Erkennt man jetzt nicht. Da liegt ein Schatten. Uh. Ich bleib hier. Nehm. Muss ich anhalten dann. Oben. Wenn ich mich recht erinnere. War das hier. Werden wir gleich sehen. Ja, das war ja. Ja, 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 ja. Dann halten wir mal so langsam die Bremse rein. So. Uh. Geht weiter. Logistik. Zack. 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 Ja. Zack. Und weg damit. Und das dafür. Ja. Ja. So. Und dann ja. Und da ging's abwärts. Ne. Ach ne, eben. Macht's. Finis da. Ja. Ja. Ich säße zumindest nicht. Und dann da, da, da. Uh. Okay. Machen wir's so. Dann. Das. Da. 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 Runter. Ja. So, hier. Ja. Und dann wird's interessant. Theoretisch. Hier hin. Gehen weg. Noch tiefer kann ich nicht, sonst krieg ich die nicht mehr her. Ja, die Rohre, okay. Dann. Müssen wir nach oben. Auch mal am besten hier lang. Warte mal, Vorsitzshalber. Hm. Wird mich dann schon überraschen. Ups. So. Einmal ja, ja. Und weg damit. Grüß dich, Juli. Sei gegrüßt. So. Ähm. Maja, hast du mal das hier. Ich licht überhaupt an. Ja. Trotzdem ist es so finster aus, ne? Ja. Zack. Da hin. Und. Ja, bitteschön. Hier wär auch schön gewesen. Ja. So viel schönes. Kannst du mal irgendwas mit dem Kanal Punkten machen? Ähm. Wir sind noch dran, Fleischi und ich. Es ist geplant. Mit den Kanal Punkten. Wir haben es aber noch nicht final gelöst. Und mit dem TTS scheint doch nichts zu funktionieren. Das werden wir wohl nochmal überprüfen müssen. Es ist noch nicht alles so, wie es sein soll. Aber kommt noch, Juli. Kommt alles noch. Und ich hoffe, dass es nicht allzu lange, äh, dass ihr nicht allzu lange drauf warten müsst. Dass das dann Ganze auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja. Ja. Blub. Da habe ich schon fast 3000. Ja. Ja, da werden bestimmt noch ein oder andere etliche Punkte schon mittlerweile gesammelt haben. Aber ich kann leider, da habe ich jetzt noch nichts. Wo ist anfangen? Es gibt ja ein paar kleine Sachen, ne. Die müssten ja eigentlich drin sein, ne. Ein paar Standarddinge. Ja. Ach, dumm. Nicht das. Ja, das mit den Emotes müssen wir noch, müssen wir alles noch machen. Man tut sich da halt ein bisschen schwer, wenn man da keine Ahnung hat davon, wenn man das halt noch nie gemacht hat, ne. Und, und, äh, Fleischi ist kaputt heute. Da hat lange Zeit, ein Tierarzt verbringen müssen, und da haben wir das dann heute mal gegengelassen, sein gelassen, na. Ja, riesig ist ja auch Wochenende. Da habe ich die Zeit genutzt und habe Videos geschnitten und hochgeladen. noch nicht alles fertig geschnitten und auch noch nicht alles hochgeladen, aber immer Stück für Stück. So, so, so. Äh, wenn mir die Schneide mit, wie heißt das Programm genau, warte, da muss ich gucken. So, wenn ich nichts Falsches sage, das ist Videopad-Editor, Videopad-Video-Editor. So, damit schneide ich die Videos. Es gibt Millionen andere Programme, die das auch können, aber ich habe halt das. Ähm, ja, bedingt, es ist ein paar Wochen, es ist kostenlos, ich glaube vier Wochen, es ist kostenlos. Und dann, äh, äh, wollen sie es bezahlt haben, also dann geht es nur noch, wenn du bezahlst, du kannst es dann, äh, auch löschen und dann wieder neu installieren. Dann geht es noch ein Stückchen kostenlos, aber keine vier Wochen mehr, das habe ich schon getestet. Letzten Endes habe ich es gekauft. Achso, ja, Auto safe, okay. Nee, kostenlos ist es nicht, aber es gibt garantiert kostenlose Programme, garantiert. Und da, wenn, wenn du da andere Leute brauchst, da würde er jeder ein anderes Programm nennen, von daher, ja, wie gesagt, es gibt so viele Programme zum Schneiden. Für irgendeines muss man sich ja letzten Endes dann entscheiden. So, jetzt müsste ich nochmal überlegen, wie habe ich das gemacht? Zuerst das, dann hatte ich das hier und das hier. Moment, 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 Moment. Das ist ein tolles Christenland, das siehst du dann. Noch besser. Und hier gehen wir, na, hier ran. Selber machen wir hier. Na, geh her. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Fein, fein. Fein. Ah, lecker. Ähm. Gehen wir hier rüber. Wir machen das hier ran. Hier runter. Dann löschen wir das gleich noch weg. Und hoffentlich nicht zu viel weglöschen. Schnell hat man was anderes mit weg. So, dann hätte ich auch dann gleich wieder einen nächsten Brückenpfeiler, fahre ich. Dann sind es nur noch 87 Trillionen mehr oder irgendwas. Oder so ähnlich. Auch kein Viehzeug hier, ne. Entweder habe ich die schon alle hier erledigt oder es ist halt hier einfach nix. Ach, Moment. Genau. Da oben fehlt noch was. Ja. Ja. So. Fein. Fein gemacht. Fangen wir oben an. Fein. 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 Und die Basis ist noch hin gebastelt, dann noch gefärbt, dann ist gut, färben könnte man es gleich machen, das war's. Es ist okay. ein und am ende schön einmal hier und einmal da muss ich gar nicht das ist noch besser dann so rum und so rum dann zieht das doch hatte ich alles hatte ich hatte ich okay nächster ach stimmt hier war das ramschwein oder war das spuky weiß ich nicht mehr auf alle fälle ist es helle ich müsste eigentlich da oben erstmal hin erstmal das von oben machen gekennzeichnet ist es alles klar dann tun wir das gehen wir mal hoch ein bisschen von hier aus weg und weg gerne mit da ein so rum runter das war klar aber auch genau auf die mine gut wenn ich da mal eine hinbau dann reise ich das ab und dann kommt er jeden tag drauf dann kommt die stütze auf das dach okay okay dahin machen wir das so tief wie es geht jetzt noch tiefer das könnte gehen könnte grad zu gehen ab der anderen zeit die herr zum knüppel dann dann mag ich nicht sagen also wieder hoch das kürzer doch sogar hier hoch das sind wir auch schon logistik bei der leine anschließend weg damit weg damit weg damit immer gerade andersrum weg damit weg damit und weg damit weit schweiz 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 nach andersrum so Sovon, 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 zack, zack, zack. Schick. Weiter. Oh, ne Quatsch. Jetzt. Jetzt weg, und weg, und weg. Und weg. Läschen. Weg. Läschen. Und dann sind wir auch schon unten. Sehr, 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 sehr gut. Zack, zack, und weg. Einmal hier, drauf. Einmal rein. Da, und da. Und wir brauchen natürlich vorher diese. Brauche ich ja gar nicht mehr. Gut. Und zuerst. Da lang. Dem. Und hier. Und hier. Und hier. Die. Und hier. Und hier. Und hier. felsen das trug bin Ups, geh weg. Rein. Schick. das ist gefährlich ich treue eben noch ich finde hier besser wie viel besser ist da kommt ups Ups, gut färben, out to see, okay, dann halt Prost. Ah, komm, da noch, da noch, da noch, da noch, so. So, jetzt die Purs ist noch, da, 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 da. So, jetzt mach ich das da noch. Da ist es, das wäre dann von dem Brückenabschnitt der letzte Pfeiler. Hm, 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 hm. Dann kippen wir mal. Hm, auf alle Fälle hier. So, hier war natürlich noch schöner. Hm. So, da geht's. Jetzt könnte man das denn machen hier. Das würde gehen. Aber, 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 da müsste ich zwischendrin nochmal eins setzen. Ja. Sonst habe ich diesen hässlichen Knüppel, den ich ja nicht will. Und da müsste ich ja trotzdem noch da hoch. Oh, ah. Ja. Da geht ja überall hin, man. das sind wir hier noch weg greifen uns wieder die Peipeline tut es mutig springen hier hin und weg damit ich glaube ich glaube ich ja 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 alles gut alles gut dahin dahin dann hier wieder ach nee 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 waa ah nee 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 dann ab starten ja Soll... ja. So, wir kennen dich ja. Wie mache ich denn das am dümmsten dann? Richtig ja. Na gut, die müsste ich weiterführen. Okay, da kann ich jetzt kein anderes Stützen-Design jetzt machen dafür. Das passt uns nicht dazu, weil das zu eng aneinander liegt. Da die Stützen und hier... Ah ja, Blödsinn, wenn ich die dann wieder anders mache. Das ist ja ein halbwegs schönes Bild ergeben insgesamt. Weiter hinten könnte ich mal eventuell... Neues ausdenken. Ne, jetzt so nicht. Nicht, das ist hässlich. Da habe ich einen anderen Abschnitt. Die könnte man auch als davon komplett getrennt betrachten. Und gut. Blup. Jetzt sind wir doch auch weit unten. ... Blip blip liksom역wellen. Blip blip. Blip blip. Blip blip. Und weg. Und her. und hin. Weg, müssen doch. Ah, jetzt, okay. Gleich geschafft. Weg damit, weg damit. Dann müssen wir noch ein Stückchen setzen und dann haben wir es gleich. So, ja, das muss ich... Ach ne, doch nochmal. Okay. Noch ein, ein, ein Mal. Ja, da ich... So, aber jetzt... Jetzt passt es doch, oder? Wer will... Ja. Und da noch, genau. Ja, doch einschalten. Ohne ist es zu dunkel. Ohre. Hier hin. Da hin. Da hin. Und da hin, bitte schön. Dann als erstes das. Hier rüber. Dann das. Hier rüber. Ja, nein. Ja, danke. Ja, das ist alles, was wir. Ja? Ding, 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 ding. So, und doch. Feiner. Hier drüben. Noch ein bisschen. Achst oben. Na? Na, komm. Mal rein. Dann noch löschen, ohne dass was passiert. Dann rüben wir wieder ein. Da und da. Vorsichtig. Vorsichtig. Also schön, dann habe ich wieder einen Drückenabschnitt fertig. Juhu. Einer weniger. Und langsam mal so ein Projekt nach dem anderen zum Abschluss bringen. Klappt halt nicht immer. Wenn ich an das da oben denke, da habe ich noch ewig zu tun. Aber irgendwann ist das auch fertig. Und da noch. Da noch. Hier ist es hübsch. Da machen wir es hübsch. Da machen wir es hübsch. Da da da. Da da. 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 Gut. So. Da. und schuss Zeck, zeck, zeck. Na. Artic. Ah, ok. Hier. Na gut, das ist, muss man sparen können. Aber, hier fehlt noch was. Das war das und das da. Ja, da kann man schon sparen. So, wieder ein Abschnitt fertig. Juhu. Jetzt hat man da oben den, der ist nicht ganz so lang. Allerdings, muss man erstmal durchzählen. Und zwar, machen wir das so. Weiter zählen. Noch weit rüber. Noch nicht so groß in Erinnerung. das hier möchte man ja noch mal hier hochklappern da hängt es noch auf den felsen drauf das könnte ich vielleicht ausnutzen so 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 und so 42 stück 42 stück ach welchen abstand habe ich die gemacht 3 relativ wursd würde ich die ersten 3 weglassen ohne 3 hinten 3 hätte ich 36 36 alles geht auch nicht ich beim ersten an das 1 dann lasse ich 11 frei ganz zwölf beim 13 wieder der zweite 13 der zweite beim 25 der dritte beim 37 vierte wenn sie am fünfer platz das sieht jetzt nicht so ach momente mal moment 42 ich kann ja hier sowieso nicht runter weil ich ja auf der schiene drauf könnte entweder hier 3 freilassen und dann runter gehen und vorne dann zwei überstehen 1 2 3 ja gut das zählen wir ab ja 6 dann würde ich hier eins setzen dann wieder 11 mal 8 9 10 11 Dann wäre wieder hier einer. Dann hätten wir hier wieder einen, zack zack zack. Hmm, 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 hmm. Dann machen wir das so, aber dann müsste ich mal hier unten das ganze Gebüsch etwas trimmen. So, gut im Kopf dann. So, also. Und am Ende. Na. Ja. So. So. Jetzt könnte ich noch tiefer. Okay, okay, okay. Dann müssen wir trotzdem wieder hoch. Da ist von da am einfachsten. Oh, Moment, 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 Moment. Muss ich mal ja kennzeichnen, sonst weiß ich ja gar nicht wo. So. So, dann ist der nächste hier. Na. So. Wenn das Hüben und drüben gleich wäre mit dem Überstand. Hier liegt es ja auch auf. So. 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 channel. So. 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 nee das ist falsch so rum und so rum, passt, den kann ich da weg machen, auch nicht mehr. Geen wir mal hier hin, gehen wir mal da hin. Da 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 da. Da 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 hause. Weg, 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 da hin, da hin, da hin, rein, weg, weiter, da sind es nur vier Säulen, das ist gut, hier Brückenpfeiler, mit dir, recht mit dir und gut auch gleich weg, hier, oben, 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 unterletzte, weg damit weg damit dann hätte ich das hier oben schon erledigt für alle ja dann könnt ihr mich dann um das hier kümmern na gut dann muss ich halt nochmal hoch rennen zählt ja nix ne quatsch brauche ich ja gar nicht was will ich denn schon vorbereitet zack, 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 zack und ja leschen, leschen, noch mal leschen weg damit, weg damit, weg damit ups nein 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 so So. Weg. 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 So. So. Ja. So. Geil. Unter. Oh, da sind wir ja schon unten, das ist ja cool. Sehr schön, reit war schon richtig, ah cool, bleibt so, ura, weg. So, und dann, geh, ran, da, rüber, da, so, es wird Nacht, wenn ich Glück habe, so ist ja schon Nacht, wenn ich Glück habe, trifft mich Spinny irgendwo vielleicht, oder auch nicht, muss mal abwarten. Oups, sorry. Ah, andere Seite, ah, das Gebüsch, uh, das ist weit oben, uh, da weiß ich bestimmt, kämpfen haben mit den Löschen kann. Kann ich noch ein bisschen näher rücken dann? Guck, was soll denn machbar sein? Hallo? Geht doch. Na? Und? Ja, direkt. Geht doch. Löschen, очень gut. Oh, du hast hier noch nichts raus. Ja? Oh, okay. Oh, Gott sei Dank. Gut. Mond rast über den Himmel. Oh. So, nicht. 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 35 016 018 018 und hier war es 05 1 und 096 so einstellungen aktualisieren das hat auch was könnte man vielleicht die zweite Farbe noch ein bisschen ändern brauchen wir alles mehr Quatsch ändern könnte man da mal gehen gleich ein grün schicken wir alles hier dunkleres und hellere höheres eher einmal gucken ne 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 nicht ne ehhmm ja das hell ist mir eigentlich nicht schlecht ne Das denke ich sieht gar nicht so schlecht. Das könnte noch ein bisschen Sand vor, wenn wir alles sehen, kriege ich das hin. Das wäre ein wenig heller. Mit viel Änderung. Das wäre ein wenig heller. Das wäre ein wenig heller. Das tue ich mir jetzt ein bisschen schwer ehrlich gesagt. Die Bandfarben sieht eigentlich gar nicht schlecht. Zu extrem hier. Ah, das ist zu gelb. Gelb. Ich weiß. Das ist richtig leuchtend. Das ist dann... So lass ich's. Bis zum nächsten Mal. Da. Das müssen wir noch machen. Da. 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 Das ist der Munk. So. Das hier hin. Und hier. Ja. Dann müssen wir halt hier noch den einen Band setzen. da. Na, weder nicht. Da. Wenig. Dann muss. So. Dann eben so. Okay do. Okay do. Gehen wir hier hoch. Ja. Und hier geht's wieder. Nicht ganz rum, ne? Oh, das ist schön. So, so, so. 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 Wenn wir hoch. Hüpf. Hüpf. Längs. Dau hin. So. Fein. Leis. 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 Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. weg 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 das weg, das weg, das ist ein bisschen unten, ja schön weg, hoch und zack, dann hin und wieder hoch, ach nee, moment wir müssen ja gar nicht hoch, sondern ich brauche das jetzt bohre ein ein so, erst genau ist das dann das ja, wir sind alle zusammen Und dann noch. So, wenn. Okay, so. rüber . 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 Das dürfte das Problem nicht sein, aber weiter unten könnte eventuell das nicht so gehen, wie ich mir das vorstelle. Weg damit und weg damit, und dann dachte ich mir auch. Ich kann mal ausprobieren, ich probiere mal. Inwieweit das bescheiden alles sieht und das wird bescheiden alles sehen, das weiß ich jetzt schon. Guck. Guck. Wenn ich hier jetzt hinsetze, dann kriege ich kein Rohr ran. Na klar, wenn ich zu tief sitze, wenn ich zu eng aneinander sitze. Ich kann nicht das, das geht auch nicht. Oh, das ist natürlich riesen Shit. Oh man, kriegt das hier hin? Das wäre dann auf gut Glück. Ja. 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 Da. Da, da. Da, da, da. Da, da. nach vollkommen daneben grüß dich lalalol herzlich willkommen zurück das hier ist käse nein ein kleines bisschen wo das käme annähernd dran und wenn man vielleicht sein ist es nur noch gut dann machen wir so weg auch noch mal weg die hier weg und die ist hier weg jetzt müsste ich da oben hin es müsste einmal so rum sein und einmal so rum richtig richtig ok scheint zu gehen was bestellst du denn Prostauer ich 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 habe hier ein knöpfen kalt getränk knöpfenblütentee ah moment das geht nicht oh das geht halt doch wahrscheinlich nicht oder moment vielleicht kann man ja auch wieder tricksen weg vielleicht wenigstens minimalst tricksen ja 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 hier geht und hier geht nicht kommt nicht weit genug rein müsste ich darf ich nicht komme ich nicht aber eventuell zugstrecke ich komme bist du auch noch an deiner zugstrecke ich auch noch wenn es dich wenn es dich tröstet ich bin auch noch nicht fertig ich kämpfe nach wie vor noch an den pfeilern ähm nein ah jetzt kommt der moment wo sich der mensch vom affe trennt so hier lang und und ups und so rum und hier rum nach dem löffelstiel und so rum und hier rum ab sie einen lüste vielleicht mal ehrlich gesagt schon nicht so richtig moment ich könnte das löschen erst mal weg dann käme ich mit dem auch irgendwie vielleicht und da unten nach mensch noch mal und da nach da aber in radikal dann hier hoch und dahin und dahin jetzt gucken wir das noch mal an dann müsste das doch halbwegs gehen was für ein chaos aber nicht bei mir bei mir ist es noch schlimmer als groß im moment kriege ich das vielleicht ja das krieg ich so hin aber das schön das sieht nicht schön ja 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 jetzt habe ich es fast schön außer dass hier kann aber auch nicht weiter runter hups da fällt es noch gar nicht groß auf wenn wir sind das so dass wir verformt moment war das nicht geplant zwar im rechten winkel wenn das wieso hat er das so bescheiden gemacht muss ich nicht verstehen ist aber sehr gut trotzdem ist das hier noch hässlich da guckt am ende kein schwein da drin außer ich ja dann ist mir auch die bliebe um nix weit nix ein wenn ich denn das noch machen herrschaftszeiten normal wie könnte ich das noch machen wenn das mit nichts anderes verbinden ich kann das mit dem da unten nicht verbinden das wäre eine lösung gewesen aber da habe ich das andere ja schon und zwei randsetzen geht ja nicht hier rum bescheiden aus auch so bescheuert aus das sieht man halt nicht weil es im felsen steckt da spielt es keine rolle aber 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 hier könnte jetzt mal eine gute idee gebrauchen aber das ist so weg Aber ich komme nicht weiter ran, ne? Ah, mein Gott, verkehrt, war klar. Es reicht eben nicht, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Ich komme hier nicht rein. Ich müsste da rein. Moment mal, Moment, was will ich denn? Ach, das geht ja gar nicht, stimmt. Dann hat es einen anderen Winkel, dann hat es einen anderen Winkel. Da geht es nicht weit genug rein, da ist es schief, genau. Könnte ich vielleicht. So, hier. Geht das? Und Autosave. Prost. Wo haben wir denn? Da wird er verdreht, ja. Auch nicht. Scheiße, scheiße. Ah, das ist doch ein. So geht nicht. Ah. So geht nicht. Ah. Doch so machen. dann muss ich das so machen und muss das halt irgendwie akzeptieren wo ich setz halt einfach weiter hoch da noch eine möglichkeit weg damit ja das geht wieder nicht das war klar müssen wir das nochmal wegläschen und dann geht es auch aber da habe ich noch ein anderes problem wie das drehst und wendest nach furchtbar im moment bixen 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 so so kannst gehen vielleicht oh das muss ich testen das muss ich jetzt testen also das hier unten rein in radikal was äh nix würde ich nicht machen ach das sieht wahrscheinlich noch so schief aus weil ne das ist auch so schief ja ich meine experimente gebe ich dir ja recht sagt ja nicht dass das moment das geht nicht ja unten was macht das so krumm warum macht er das so krumm und dann sieht es ja auch noch bescheiden aus da kannst du doch im papierkopf kurzen dinge verstehe nicht warum da das so krumm macht er macht es oder ne hier macht es und 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 ja alles wo ich würde keins rein bringen Regelhaft, widerlich, flixt, ups, ich fahre gut inhalieren, dann machen wir folgendes, dann setzen wir eben die Bosses weiter nach oben, ja, was habt ihr jetzt da drin, Verschraufe, ja, ich glaube gerade kommt, nicht wieder so ein, bitte ansteigen, was wird denn das jetzt wieder, ooooaahhhh, dann, Das ist ja wirklich richtig Silverstone, Rottus Ender oder eine Wand nach unten und Hand ran. Ja, das passt dann nicht. Halt, reicht nicht. Das passt dann noch nicht. Ich ne anderen Winkel raus dann. Dann mache ich das. Dann müssen wir halt wieder tricksen, was man sonst auch machen. So, aber jetzt haue ich dich, wenn das nicht klappt. Ey, vorhin hat es geklappt. Ey, was ist denn los, Leute? Jetzt beiße ich gleich ins Klo. NMS sagt, na mal schauen, ob es geht. NMS, grieße dich, grieße dich, grieße dich. Ach, so rum geht es. So, du Luder. Jetzt ist aber Schluss hier, sonst haue ich dich. Hm, da. So, da muss man und da ran und hier ran. Und jetzt kannst du mich gerne, gern haben. Äh, ich bin verwirrt. Was soll ich machen? Das hier. So rum. So rum. Seit einem kurzen Stück, ne? An dem bisschen Furz hing ich jetzt so lang dran, wie ich, hätte ich zwei Striche machen können in der gleichen Zeit. I'm not amused. Ja, halt. Hier noch eins hin. Und bei der Monk, das will auch noch da eins hin. Na, musst du mich ärgern? So, geht doch. Dass man immer Asterixen muss. Ja. Plus. Ja. 6,8. Du mit 90. Mit 90 bist du die Spirale hoch? Naja, dann, dann, dann ist der Zug entweder voll beladen, oder die Spirale ist Teil. Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich nehme keine Ahnung. Ja. Hier längs. Einfärben. Ups. Und solche Sachen, die führen dann zum Frustzeichen. Ja. Ja. Edge. Halt. Färben. Ja. Schon wieder alle. Dankeschön, dass du es gut findest. Aber trotz alledem muss ich hier Kompromiss eingehen. Da denke ich dann auch nicht mal dran bald. Ja. Es ist jetzt der Moment. Ich lebe den Moment. So, jetzt hat man hier das Gerät noch. Ich denke ich werde mir hier doch noch was anderes einfallen lassen. Da hinten meine Hängebrücke, Brücke, Brücke. So, 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 so. So, so. So. Tick. Bis es explodiert. Jawohl. Oder bis einer weint. Ja. Gucken wir mal. Wie weit kommen wir runter. Da hin. Perfekt. Allerdings. Moment. Wenn ich das bis dort runter mache. Muss ich hier. Hm. Da muss ich hier noch eins einsetzen. Dann gehst du hier dran. Hallo. Da. 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 Geht doch. Dann. Dann. Da. Dann. Lassen wir hier hoch. Und schläben. Da rüber. Dann. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Glück. Ist dick. ein fein ein fein ein fein fein jetzt so der letzte pfeiler in den brückenabschnitt zack dann habe ich doch zumindest wenn ich das dann hier noch erledigt habe den allergrößten teil von der zugstrecke mit pfeilern verunstaltet dann hätte ich noch ein stückchen bis hier vor dann dahinten wo das hier runter zu geht noch bis hin zum strand das ist zwar auch nicht gerade wenig aber dafür habe ich viel 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 dahinter zu schon fertig und die kraftwerke sind das seit gestern fertig die kohle kraftwerke die was ich bauen würde dann habe ich ein projekt schon mal weniger du eine frage fragt dich er fragt mich aber ich kann die antwort dann nicht zurücknehmen je weit ich mit olu bin mit olu bin ich so weit durch dass ich zeig dir das olu platten bauen kann aber ich kann noch nicht diese olu schubkästen hier wo sind sie die hier kann ich noch also die kann ich könnte ich bauen wenn ich eine produktion hätte sondern so ich habe aber keine produktion dafür ich habe nur produktion bis hierher mehr habe ich noch nicht müsste ich aber mal machen demnächst ich bräuchte außerdem das als produktion ich bräuchte quorzkristalle als produktion ich bräuchte funksteuereinheiten sind die kurz ist alle weg habe ich keine mehr nachher und dann noch zum basteln ich müsste ich dann mal noch machen was für die nächsten meilensteine 8 zahnschnack grüß dich herzlich willkommen grusel grüße ja für die nächsten meilensteine bräuchte ich da noch ein bisschen sachen davor von und autosave autosave brust und kümmern die fäden dann noch okay noch zweimal als lauf hups schön dass der zahl nicht da ist aber auch zu mir gefunden wieder zu mir befinden war ja heute schon mal da ja ich mache das auch mit denen hier anders ich werde die gerüst fundamente wieder weg machen und dann mal was ausprobieren was ich beim experimentieren entdeckt hatte ob das überhaupt schön aussehen könnte oder ob sich das überhaupt umsetzen lässt sagen wir so ja jetzt haben wir es ja noch ja genau und jetzt rohre 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 hier kann es durchaus sein dass die spinnies mal kommen und da die ja in der nacht spurnen zum teil doch nicht okay hätte jetzt damit gerechnet nie nie hast du ja ich überlege ob nur alu oder mit gehäuse und spielkörper affenzug da musst du das für dich selber entscheiden weil ich kenne ja deine situation nicht mehr vor ob das kann ja durchaus beste möglichkeit sein je nachdem wo deine fabriken stehen ob das sinn macht oder nicht aber es muss auch nicht immer alles immer geben hauptsache sieht schön aus dann guck mal hier noch mal rum bei alu bist du noch nicht oder weiß ich jetzt gar nicht sauny auf deiner auf deiner single player map also so lange bin ich noch nicht bei alu ich habe hier zeit verdrödelt mit mit bauen heute bahn ist schon bei alu ok es ist ein schön funktionieren muss es ja was ist schön das an sich sagt hast du recht was ist schön und wo hört schon schön auf oder fängt hässlich an funktionieren muss es definitiv genau auch ein schönes muss ich ja trotzdem funktionieren da noch weg Fingerspitzenlöschen ist das hier, Fingerspitzengefühllöschen. Da, 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 tia, hai, tippe, 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 tum, tippe, intent logroch sagesse isso. Wir haben... Sony ist auch der einzige, den ich als Streamer kenne, der mit Jesus spielt. Oder kennst du noch jemanden, der mit Jesus spielt? Probier ich es erstmal hier bei den Kleinen. Oder nehme ich gleich einen größeren, um den zu versauen. Jetzt kann ich hier noch einen Jesus hören, das ist richtig. So, der Lerne, pass auf, dann werde ich mal... Ach ja, stimmt. Moment, das kriegen wir hin, irgendwie kriege ich das schon nicht hin. Was ich natürlich noch nicht überlegt habe, ist ein Abschluss nach oben, für das was ich mir vorstelle. Ähm... Hm. Hm. Logistik. Eventuell, wenn ich das so hier mache. Wir haben uns halt probieren. Probieren, 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 probieren. Jetzt haben wir hier, Sam Erz. Ähm... Wir schätzen, das ist die Mitte. Hier. Auch. Hier. Hier. Und ob das überhaupt schön aussieht. Ich hab da nur mal ganz kurz, äh, in Versuchsaufbau gehabt, aber den nicht zu Ende probiert. Und daher weiß ich jetzt natürlich nicht, inwieweit, wo ich noch weiterbaut könnte ich ja erstmal... Ähm... So, wenn ich noch wüsste, wie ich das hätte, hatte ich das als Standard, als... Oder geht nicht. Radikal ist das gleiche wie Standard. Was ist das denn? Wohin. na ja gucken 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 gucken